Jetzt kommt die Sonne langsam vorne. Bis jetzt war es mir kalt. Ich dachte, ich mache einen Spaziergang. Vorne sind noch zwei Schwäne, die nehmen wir noch kurz auf. Ich habe ja schon wieder gesehen, dass wir deshalb nur noch einmal. Ich habe ja schon einen Spaziergang, da kommen wir vorhin. Zeit machen und dann besser empfehlen und dann besser empfehlen und dann hier besser. Ich bin mir mega froh, dass ich mich nicht mehr brauche. So, jetzt kommt die Sonne entfernen. Vorhin habe ich zwei türkische Tauben gesehen. Ich höre sie schon, sie sind hier in der Nähe. Ich bin nicht sicher. Das, was du drittest. So, so nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und eine andere Schlitte hervorgeflogen. Hier ist der Waldläufer. Hier ist der Wald. Es ist ganz toll. Es ist ganz toll. Es ist die ganz toll. Es ist die ganz toll. Die Türkei. Die Türkei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020